So, Robsi, das ist jetzt der neue Akraus des Tragesystems sieht auch sehr interessant aus. Das ist in der Tat neu entwickelt, patentiert, mit nur einem Zug kannst du dabei Schulter- und Hüftgurt festziehen. Darf ich mal probieren? Sehr gerne. Zieh einfach nur an. Genau. Er rutscht in die richtige Höhe. Du schließt den Hüftgurt und ziehst ihn fest. Das geht blot. So soll es sein. Sitzt gut. Super. Sehr angenehm.